Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt auf dem Acker mit dem Horsch. Wir wollen hier Zuckerrüben säen, aber nächste Woche mal, es kommt noch regnen und vor dem Regen hat der Wohnunternehmer keine Zeit und wir haben hier mit dem Güttler fünf Zentimeter tief die Bodenbearbeitung gemacht, um die Grasnarbe aufzubrechen. Und jetzt gehe ich auf 20 bin ich, jetzt reduziere ich vielleicht auf 15 Zentimeter Tiefe, weil da kommt ziemlich viel Nass rauf. Ja, man muss immer an alles denken. Ich habe vergessen, da die Scheibe herauszuziehen. Damit da, das ist über drei Meter, du musst wieder rein, wenn du auf die Straße fährst und im Feld muss diese Scheibe heraus, damit die Erdknollen wieder rein gemacht werden. Original 留m cool little weit neu go qu Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020